Das ist nicht nett. Der lässige Asimo. Hast du die bei einem Gewinnspiel gut? Nein, hat er nicht. Das war eine geschobene Partie. Er hat die bei einem Gewinnspiel zugeschoben gekriegt. Rush mal lang. Fuck off! Insta-Death. Er hat jetzt gedacht, dass er eine Oberfläche hat. Ich hoffe nicht, dass er eine scheisse Oberfläche hat. Jeder weiß, was ich meine. Mein Gott, jetzt sage ich es einmal falsch. Ja, das ist komplett gut. Ich hoffe, wir gehen wieder lang. Schade. Pass, ich flash. Oh. Er war unspaar, glaube ich. Ah, hinter unspaar. On-Side heißt das. Ja, unspaar und on-Side. Das ist... Same, same, but different. Wie hier du auch bist. Willst du mir nochmal Max 10 machen, oder? Wie du willst. Warte, ich kann noch eine legen. Warte, ich kann noch eine legen. Okay. Was ist das für ein Kunst-Durner? Was ist das für ein Kunst-Durner? Wo du da... Wo du die Granate in der Hand gehst. Ja... Ich zeig noch das eh auch. Die Flash lang. Wir müssen den jetzt... Slow-Lauf, oder? Oh na Gott, ich glaube ich bin short. Oh na, ich bin short. Oh na, ich bin short. Ja, ich bin short. Ja, ich bin short. Unspot, unspot. Oh, wirklich? Wenn man nix ist, sorry. Alles easy. Er hat zum Glück dir noch geämt. Vivi hat sich schon gemutet. Und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. We must move. Schon fast fertig. Ich war echt schon kurz davor, einfach irgendein Video hochladen, so... Hey. Hey, Küni, du betest uns ein Cross-Air-Thumb-Mail machen, weißt du? Und sobald du anklickst. Bei dem will ich GG. April April. Ich muss lang sein. Ecke, warte, warte. Warte. Pusche. Oh, er ist schreie lang. Er geht wieder ins Eckle. Der Molli bei einem Weichfurt. Der Molli da war... Der hat richtig an den Spot gehabt. Ein bisschen fürs Team was gemacht. Das ist damit jetzt ein bisschen schwierig geworden. Das war... Das war der Gegner, Küni. Ey, ja, Mann, ja. Der hat die Brutal-Gott-A-Molli geworfen. Ich habe eine Granate. Genau du da nicht geworfen, was du geworfen hast. Ja, ja. Der haut die Schuss dann gehockt, weil wir reden. Ja, das habe ich davon, wenn nicht Hühner töten. Gut, das ist noch mal lang. Der hat die AK cool wahrscheinlich. Ja. Cool nicht noch mal lang. Nee. Hä? Der hat die von dort hinter geworfen. Mann. Ich habe mir gedacht, ja, wenn der Molli bis dort aufer wirft. Ja, wenn wir uns wohl den langen noch mal holen, den Stibizen. Flaschest du? Ja. Da hat die du. Ah ne, ist close, rechts. Ja. Wo ich mit dem Spray ihn aufgehört habe, das ist ja nicht so. Ja, passt schon. Ich habe Angst gehört, dass ich stirb. Ja. Glaube ich doch. Ja. Ah ne, ah ne, ah ne, Oberfläche. Ah, die Fresse mit dem Scheiss, Mann. Habt eine Oberfläche. Und seid irgendwo in der Smoke. Nein, hinter die, hinter die. Der ist echt, er ist echt, er ist onspot. Kannst du nicht Bombenoberfläche? Natürlich Bombenoberfläche. Ah, der hat sehr schluss. Halt die Schnauze mit dem Scheissmann, Alter. Let's go! Ich muss die ganze, ich muss die ganze Zeit lachen, wechseln. Boah. Ja genau, wechseln. Bombenoberfläche. Boah. Boah. Das ist eine Bombenoberfläche. Boah, der Wetter ober. Boah. Machst du short oder lang? Nein, lang gerne, aber wenn du lieber lang spielst. Nein, nein. Pass gut. Schmine ist dann schel schon. Boah. 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 Du meinst kurz die Oberfläche. Boah. Beide da ein Oberfläche. Boah, ich hab einen Hatcher gekriegt. Boah. 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 Hey! Boah! 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 Haste lieber die Oberfläche! Hey! Habt ihr einen Shot? Wo der einer ist der in den gegangen? Ist der in den Oberflächen? Boiler? Boiler Oberfläche! Gewaltige Boiler Oberfläche! Der wird den Duffen gegangen sind zu der Oberfläche! Ah ich hab kaum Ausgabe mehr gehabt! Er hat einen Good Shot! Boah! 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 Dock die dann hinterher die nicht. Ick Breim! Boah! 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 No! Warum habe ich das jetzt nicht aufgenommen, das wäre eine Super-Shore gewesen. Ja, aber wieso? Wieso? Ohne irgendwas zum... Ne, ich hab was probiert, ihr wollt ein bisschen so bis vor der Kante abspicken können. Aber das hat nicht funktioniert. Maffan! 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 Aber ich bin ein Header, gell? Leider, hallo, Kido. Wede für... F***, I guess. Verdammte Scheiße, hast du das so? Wir sind im Apartment, der andere. Und einer in der Mitte. Der Hund hat gefräßt! Hä? Das war der andere, der hat er gekriegt. Der war Oberflay. Ok, der war mein. Vorles ist mir gefräßt! Maffan! Maffan! Boah. Boah! Das geht's nicht! Boah, Digga! Wann das Riesen! Wann das Riesen? Also warum kann man da drüben springen, hä? Boah. 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 Hey, aber ich rechne auch nie mit dem ich heißen. Der Mario P-H-C-S schaut da so, boah. Komm schon, Königabregg. Du hast ganz fest gelogen. Aaaaah! Jawoll. Stronx. Stronx. Ich danke, gell, wenn ihr das auch noch werdet, wenn man easy gewinnt. Da, da. Und schauen vorbei bei der Wii. Simply der Wii. Haha.